Servus und Herzlich Willkommen zu einem neuen Part hier bei The Infected. Ich bin jetzt gerade noch am Holz sammeln, so ein klein bisschen, weil wir werden ja für das Haus auf jeden Fall noch etwas brauchen. Ihr seht schon, es ist schon wieder helllichter Tag. Also ich habe die Nacht quasi wieder durchgeschafft, habe dann mal kurz die neuen Vampys waren es diesmal in der Nacht gehabt, aber ich dachte mir, ach komm, ist egal, ich lasse das jetzt einfach so, wie es gelaufen ist und fertig. So, ich habe auch, wie ich gesagt habe, die Decke schon mal fertig gemacht. Die Dinger gehen halt immer kreuz und quer. Also man kann das zwar irgendwie beeinflussen mit R, dass man die Teile dreht, aber ich dachte mir, das ist mir jetzt total Latte, ist mir jetzt total egal. So, folgendes habe ich mir jetzt gedacht. Und zwar mache ich kein ganzes Dach hin, sondern ich möchte hier im Grunde sowas wie eine, so eine Galerie machen. So eine Schlafgalerie. So, auch dahin kommt eine Galerie. Natürlich auch ein Geländer hier bei der Treppe. Da muss ja noch ein kleines sein, genau. Zack. Dann haben wir das nämlich. So, das soll aber nur im Grunde hier sein, auf dem Teil. Von daher muss ich jetzt mal schauen, wie ich das bauen kann. Weil ich glaube, ich habe ja nur diese Holzschrägen hier. Oder die Holzdach-Ecken. Hm. Muss ich jetzt echt mal schauen, wie das dann vor allem wird. Weil, wenn ich jetzt hier so eine Schräge hin mache, dann müsste da aber eigentlich eine Ecke hin. Ich glaube, das stimmt sogar. Ja, das stimmt sogar. So. Dann müsste jetzt allerdings hier eine Holzwand hin. Und das geht nicht, ne? Also ich kann hier eine Holzwand machen. Das geht. Was gibt's denn noch für Dachteile? Halbholzwand. Holzdachgiebel. Das da müsste drehen. Mausrad drehen. Ah, doch. Da hin. Da haben wir es jetzt zu. Aber dann sollte es im Grunde nach oben gehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Es gibt halt nicht so viele Teile, ne? Ich kann jetzt im Grunde, ja, eine Holzwand machen. Ganz klar. Aber hier rüberwärts kann ich keine machen. Muss ich mal schauen, wie das ist. Hier kommt auf jeden Fall dann eine Holzwand hin. Jetzt muss ich nochmal nach oben. Da soll eine Holzwand hin. Dann kommt hier und, ja wohl, da könnte ich eigentlich zwei Fenster reinmachen. Dann kommt da ein Fenster rein. Dann kommt da kein Fenster und da kein Fenster. Genau. Jetzt müssen wir mal schauen. So. Hier kommt, ne, hier kommt eine Tür hin. Da ein Fenster. Wir machen beim Treppenhaus ein Fenster. Wir machen hier zwei Fenster. Okay. Das ist ja schon mal okay. Das ist ja schon mal okay. Aber das da gefällt mir eben nicht. Da weiß ich jetzt nicht, ob mir da ein Balken helfen würde. Oder ob ich... Weil hier müsste normalerweise jetzt eine Wand rein. Aber halt nicht da unten, sondern hier, hier oben, hier drauf. Als Abschluss. Das ist... So, jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich hier unten zwei Wände platziere. Ich muss das mal ausprobieren. Bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Ob ich die dann auch wieder wegreißen kann. Ich hole... Ich habe nicht alles... Da habe ich ein paar Lampen hergestellt, im Übrigen. Die sind mir da zufällig aufgefallen, weil ich mir dachte, Mensch, irgendwie eine Beleuchtung wäre doch mal nicht schlecht. Und dann sind mir diese Lampen aufgefallen. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir das. Okay. Dann würde ich gerne hier oben drauf eine Holzwand haben. Aber ich hoffe natürlich, dass wenn ich die hinbaue... Jetzt habe ich tatsächlich ein Brett zu wenig. Das gibt es ja wohl nicht. Spring. Okay. So. Dann kannst du gleich ein paar mehr mitnehmen. Aber das ist 50 Kilo. Das reicht jetzt erstmal. So. Und dann nochmal drei Hölzer. Okay. Und jetzt schauen wir mal, ob ich die hier wegreißen kann, ohne dass die obere auch verschwindet. Okay. Die bleibt. Das ist okay. Und das heißt, ich kann das dann hier genauso machen. Es ist zwar ein bisschen Materialverschwendung, ganz klar. Aber okay. Was soll ich machen, ne? Es geht halt nicht anders. So, dann hier, zack. Noch zwei. Jawohl. Dann kommst du wieder weg. Du kommst auch weg. So, hier brauchen wir Lehm. Und natürlich auch Holzscheite. Mal gucken. Ich fahre jetzt mal dahinter. Ich habe irgendwie schon alle großen Bäume, die wirklich nah sind, habe ich schon weggehauen. So. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. So. Dann gucken wir gleich nochmal wegen Lehm. Notfalls. Muss ich eben schnell mal einen Stein abbauen. Na ja, gerade mal zehn, ne? Da habe ich auch nochmal zehn. Irgendwie kommt mir gerade im Moment die Maschine extrem langsam vor. Ich habe sie vollgeladen, aber... Also vom Treibstoff her vollgeladen. Ich bin mal gespannt, wie das dann ausschaut. So. Da fehlt noch zwei. Da fehlen jetzt auch noch zwei. Bretter fehlen. Äh, bretter fehlen. So. Äh, bretter fehlen. Können können ohne Probleme. Weil wir haben ja so einige Wände, die wir machen müssen. So. Dann haben wir das da noch. Da fehlt echt ein Holzscheit, ne? Wenn ich das nicht gewusst hätte, hätte ich das dann gleich rein. So. Es sieht zwar ein bisschen komisch aus. Ist aber so. Tja, was will ich machen, ne? Das, äh... So, dann würde ich gerne... ...da ein Holzding haben und... Hallo? Da eigentlich auch, aber das geht anscheinend nicht. Okay, dann lasse ich das. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil das Innenwände sind, ne? Okay. So, weil das finde ich nämlich ganz... ...ganz nett eigentlich. ...dreimal Holzscheit. Da oben sind es ja glaube ich nur zwei, die man braucht, ne? Aber ich habe keine mehr. Von daher, ich hole halt jetzt halt einfach immer das Holz. Das ist ja egal. So. Na komm. Nehmen wir den einen noch mit. So. Einmal nach oben bitte. Okay. Jawohl. Ah, okay. Ist schon. Genauso habe ich mir das gedacht. Da müssen jetzt halt noch zwei hin. Das waren genau die zwei, die noch gefehlt hatten auf dem Wagen, ne? Dann kommt irgendwann ein großer Baum noch da. Aber ich möchte zumindest den Wagen halt immer voll machen. Hätte ich jetzt zum Beispiel schon die Brustung wieder fertig machen können, ne? Zack. Dann dich noch. Zack. Hoffentlich hält sich das Wetter, aber es schaut so aus, als würde es gleich das Regnen anfangen. Na ja, gut. Ist halt einfach so. In dem Spiel regnet es halt oft. Da habe ich mich jetzt mittlerweile auch schon dran gewöhnt. So, dann würde ich das da machen. Jawohl, da fehlen mir jetzt noch zwei. Und hier oben kommt dann natürlich auch wieder ein Dach drauf. Aber ich wollte das so ein bisschen galeriemäßig haben. Nur ich kann halt, ich kann das halt nicht offen lassen da oben. Das ist das Problem. Und eine Halbwand wird wahrscheinlich nicht ausgere... Hätte wahrscheinlich nicht ausgereicht. Ja. Weil wenn ich das... Ne, das hätte nicht ausgereicht. Na gut. Kann ich hier eine Halbwand hinmachen? Ach, das ist ja... Weil da hätte ich jetzt zu ganz zugemacht irgendwie. Aber gut, ist halt auch nicht... Da kann ich ja dann keine Ahnung Kisten reinstellen oder irgendwas. Jo. Gut, hier soll da natürlich ein Dach drauf. Jetzt nehme ich mal drei Stück mit. So. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Und zwar... Wir brauchen... eine Holzecke. Äh, eine Dachecke. Ja, das stimmt schon. Dann würde ich hier eine... Ne, da würde ich ein Schrägdach machen. Holzflachdach. Holzschrägdach. Jawohl. Da ist jetzt natürlich die Frage... Was ist überhaupt das Holzflachdach? Ach so, das ist... Ah, doch. Genau so. Genau so. So, und dann haben wir hier nochmal eine Ecke. Schrägdach. Und hier haben wir nochmal... Verdammt, eine Schrägdach. Ähm... Holzschrägdach. Genau. So, jetzt muss ich wieder runter, weil ich gerade wieder auf die rechte Maustaste gekommen bin. Da brauche ich Lehm auch. Ja, die Dächer brauchen halt Lehm. Das ist halt so. So, was haben wir hier? Neun Stück. 50 Sekunden noch. So, bis zum nächsten. Das heißt, ich könnte mir mal schnell so einen Melonencocktail machen. Bis das dann fertig ist. Weil ich glaube, wertemäßig bin ich eh schon... Ja. Recht weit unten. Nein, nicht essen. Rausschmeißen. So, zack, zack. Essen. Essen. Meine Dose rüber. Herstellen. Dose rüber. Und... Herstellen. Zack. Dann haben wir das. Ähm... Protein. Das heißt, ich könnte auch noch schnell hier einen Fisch reinpfeifen. Jawohl. Jetzt sind meine Werte doch schon wieder oben. Ist das doch gut. Ähm... Ich hebe mir die Zwiebeln und die Kartoffeln noch auf fürs Kochen. Später. Halt. Lehm. Schauen wir mal, ob ich in der Kiste auch noch was habe an Lehm. Herstellen. Ja, da habe ich auch noch sechsmal Lehm. Das ist doch schon mal ganz gut. Pfeile mal ganz rüber. Nutzen tue ich sie eh nicht. Im Grunde hätte ich sie auch wegwerfen können. Nehmen wir gleich mit. Ich habe zwar jetzt nichts zu neu herstellen, aber... Wischen bitte. Was seid ihr noch an? Da sind halt 18 Stück schon drin. Die Dinger laufen halt die ganze Zeit. Ich brauche ja nichts davon. Ich fülle dann zwar mal hier die Maschinen auf. Und selbst da muss ich jetzt nicht mehr wirklich sparen. Dann kann ich mal schauen, läuft der da überhaupt noch? Ne, der ist aus aktuell. Aber ist egal. Ich kann zumindest die ganzen Steine reinpacken. Gleich den Sand wegschmeißen. Eisenbrocken rausnehmen. Da habe ich nämlich extra hier eine Kiste hergestellt. Wo ich die ganzen Eisendrocken jetzt mal rein sammle. So, was haben wir hier? Das habe ich noch gar nicht rausgenommen hier. Also da habe ich immer wenn dann nur die Steine schnell rausgenommen. Und habe die dann hier aufgefüllt. Und das war es dann auch schon. So, hättest du auch Bretter gleich mitnehmen können. Zehn braucht man halt da. Das ist schon... Na gut, da muss ich halt den einen oder anderen Felsen ja mal holen. So, ich mache mal nur die Reihe hier weg. Das ist halt schon wieder alles aufgebraucht. Ein Brett und zehn Lehm. Verdammt, das hätte ich... Naja. Mal ganz kurz den Zement wegschmeißen. Zack, zack, zack. Dann kann ich erst einmal die Bretter verballern. Das ist ja auch in Ordnung. So, hier haben wir vier Stück. Da haben wir schon alle, da haben wir alle. Das da ist ja schon fertig. Okay. Na, heute regnet es aber lang hier. Großes Baum, großes Baum. Wo bist du? So. Na, ich habe echt gedacht, das letzte Mal, beim letzten Part, dass das der letzte sein wird, mit dem Bauen und so weiter. Aber, wie gesagt, es ist einfach sehr sammelintensiv, das Ganze. Und ich war, bevor ich jetzt hier die Aufnahme gestartet habe, glaube ich, auch schon wieder eine Stunde gesessen, um ein bisschen vorzubereiten, das Holz. Aber ihr seht ja, ich habe noch nicht einmal das Holz richtig vorbereitet. Da fehlt es auch noch. Ich habe eigentlich nur vorne bei der Säge, habe ich das gemacht. Und das war es dann. Was denn? Was fehlt denn jetzt noch? Ach so, der Lehm fehlt. So. Also. Da haben wir alles. Da haben wir alles. Da fehlen noch die drei Hölzer. Da oben fehlen noch die drei Hölzer. Da fehlen noch die drei Hölzer. Da habe ich jetzt nur zwei. Aber ist egal. So. Schnappen wir uns den Wagen nochmal. Dann gehen wir mal in eine Ecke, wo wir auch einen Lehmstein haben. Da ist einer. Nicht mit dem Speer. Spitzhäckchen. Es sind immer zehn Stück in so einem Ding drin. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Jawohl. Haben wir alle erwischt. Da haben wir einen normalen Fels. Aber ich kümmere mich jetzt erst einmal hier um den Baum. Vorne bei der Höhle waren glaube ich auch noch Lehm. Vorkommen. So. Zack. Und dann noch einen kleinen. Gehen wir mal da vor. Jawohl. Da war noch einer. Wusste ich es doch. Halt. Warte mal. Schieben wir mal den Wagen noch ein Stück vor. Weil das Ding explodiert immer in alle Richtungen. Und ich würde gerne sehen, wohin. Und ich würde gerne sehen, ob wir die Höhle machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jawohl. Das sind halt immer gleich zehn Stück, die da gebraucht werden, ne. Da auch. War eh viel zu wenig. Da fehlt nur noch ein Stamm. Da oben haben wir alles. Da haben wir alles. Da fehlt ja nur noch der Lehm. Okay. Dann kann der Rest jetzt quasi nach oben. Na. Da rein. Eins, zwei. Ich nehme halt immer wieder auch den Wagen in die Hand, ne. Da noch einer. Da einer. Dann hole ich jetzt mal Wagner die ganze Zeit. Holen. So. Eins, zwei. Da einen. Da. Habt ihr Glück, dass ich schon voll bin mit allem? Gut. Nun holen wir mal noch ein paar Bretter auch. Halt. Gleich die Säge nachfüllen. Das weiß die Sau, dass ich sie nicht brauche. Kommt drauf damit. Ich nehme jetzt einmal mit, was geht. Zumindest, dass ich noch laufen kann. Ja. Gehst du da rein in mein... Naja. Das ist mein Hausschwein. Zwei Holzscheit. Das ist mein Hausschwein. Okay, aber die Bretter sind alle da. Ich würde halt gern erst das Dach noch machen, ne. Aber gut, das muss ich dann von unten machen. Da, 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 da. Schönes Gebauen. Also das Bauen, das gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Das macht Spaß. Dann haben wir jetzt alle Bretter auf jeden Fall verbaut. Und da ist es jetzt nur noch der Lehm. Genau. Halt, nehmen wir mal den Wagen mit raus. Da vorne habe ich... einen Stein. Am schönsten, wenn sie hier auf der Fläche sind. Wo dann eh schon nichts wächst. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Natürlich dem geschuldet, dass ich die Grafik dementsprechend runtergestellt habe. Das ist auch klar. Aber mir gefällt es in der Auflösung eigentlich ganz gut. Hier habe ich jetzt hier nirgends mehr so einen Lehmstein. Da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jawohl. Geht auf jeden Fall noch der eine. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Gut. Gut. Alles klar, dann ist die, die Decke hier schon mal fertig. Finde ich gut. So, da brauchen wir jetzt eigentlich nur noch dann Holzscheit. Das wollte ich halt jetzt noch unbedingt machen, auch während des Tages jetzt hier. Da komme ich nicht hoch, ne? Nee. Wie viel fehlt noch? Zwei. Ich mache jetzt auch nur noch die zwei. Zack, zack. So. Hier. Warum hat er da eine Tür gemacht, ne? Ganz klar. Ich will hier eine Treppe her setzen. Ich weiß nur nicht, ob das so hinhaut oder... Moment, jetzt mache ich erst einmal die... Dann mache ich da eben jetzt eine Plattform, so quasi eine Holzdecke. Und mache eine gerade Treppe. So hin. Das sind sechs Stück. Das sind vier Stück. Dann brauchen wir drei Holzscheite und nochmal vier. Da mag ich jetzt nicht holen. Warum? Ich nehme trotzdem gleich mehr mit. Machen wir mal den Wagen voll. Ist egal. So, damit haben wir die Treppe. Und dann haben wir die Plattform hier. Dann kommt man nämlich auch hier schön rein. So, da kommt natürlich ein Geländer herum. Einmal. Zweimal. Und das Mittelgeländer. Die brauchen immer alle zwei. Eins, zwei. Jawohl. Dann brauchen wir nochmal zwei. Wollen wir schnell einmal einen kleinen Baum. Es wird halt jetzt ja zackisch dunkel, ne? Das ist halt das. Perfekto. Eins, zwei. So. Und weil es so schön ist. Und die Werte eh schon ganz weit unten sind. Schlafen wir jetzt halt auch mal ganz kurz. Dass wir das auch mal bei Tag sehen. Die Werte kriege ich eh sofort wieder hoch. Also schnell wieder hoch. Machen wir mal bis sieben. Gut. Oder fast bis sieben. So. Einen Schluck trinken. Dann essen wir die zwei Dosen gleich mal. So. Hallo. Ernten. Oder dass ich da aus Versehen nochmal auf Zerstören komme. Das wäre auch nicht gut. So. Ernten. Eins, zwei. Dose rein. Dose rein. Herstellen. Dose. Eins, zwei. Zack. Herstellen. Dann schnappen wir uns hier einen geräucherten. Einen getrockneten meine ich. Ja und schon sind noch die Werte wieder gut. Jawohl. So gefällt es mir schon mal ganz gut. Jetzt haben wir quasi das obere Stockwerk drauf. Wir haben das Dach drauf. Und dann kommt da oben natürlich auch nochmal Dach. Sprich. Ich muss schauen, dass ich Lehm herbekomme. Und das nicht wenig. Weil wir haben nämlich einiges da an Dachfläche. Das sind ja dreimal. Also neun. Neun, die wir brauchen. So, dann finde ich das eigentlich war keine schlechte Idee. Und. Hier soll dann im Grunde auch nochmal eine Treppe hin. Und die Treppe wird wahrscheinlich dann wegkommen. Muss ich mal schauen. Oder ich mache die Treppe hier runter als normale Treppe. Und hier, das wird nochmal eingezäunt. Dann kommen hier die extra hierher. Dann ist das ja alles mein Werkstattbereich und Lagerbereich. Das heißt, ich könnte hier die Extraktionsmaschinen herstellen. Das wäre nicht verkehrt. Yes. Und jetzt würde ich sagen, für heute reicht es. Ich muss mal schauen, ob ich es schaffe, für morgen einen Part aufzunehmen. Seid mir nicht böse, wenn es nicht klappt. Das wird jetzt alles bei mir ein bisschen knapp mit der Zeit. So. 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 Der da noch. Ja. Ich kann ihn mir nicht auffüllen. Das ist halt das. Und vor allem, ich weiß jetzt nicht, wenn ich dann fertig bin, dann wird erstmal weitergemacht. Weil ich ja das ganze Zeug besorgen muss. Und ich möchte auch gerne hier meine Vorräte auch wieder auffüllen. Also nicht nur hier, sondern eben auch unten. Ja. Und da gibt es natürlich einiges zu tun. Das ist ganz klar. So. Von daher sage ich jetzt mal danke, dass ihr heute dabei wart. Danke fürs Zuschauen. Danke für ein Like. Danke für Kommentare. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.